Wir machen heute Serviettenblumen. Dazu schauen wir als erstes, wo diese Seite ist und schneiden das dann weg. Dann falten wir die Serviette in so einem Zick-Zack-Muster und binden das in der Mitte fest. Als nächstes feiern wir an, die einzelnen Schichten der Serviette abzulösen und in die Mitte zu ziehen. Bis zum nächsten Mal.